Lufthansa Group Economy Leittarife, was bedeutet das für Familien und für Gruppen, die zusammenreisen? Des Weiteren, die deutsche Nationalmannschaft fliegt wieder korrekterweise Lufthansa. Die Lufthansa bekommt eine 787 voraussichtlich im Sommer. Das ist nicht unbedingt die Nachricht, aber die Nachricht ist, ist die Bude überhaupt ein neues Flugzeug? Weil das ist ja eigentlich ein Gebrauchtflugzeug, aber mit einer neuen Business Class, sowohl in der 787 als auch in der A350. Und als letztes Dealzone, Lufthansa Partner Sale, First Class und Business Class. Herr Hoffmeister. Herr Korsen. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wer uns schaut, weiß natürlich, dass am heiligen Sonntag der Lufthansa Group Update Sonntag ist. Nichtsdestotrotz, damit ihr eure tägliche Dosis an mehr Meilen, mehr Punkten und vor allem auch mehr Status bekommt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Ja, das ist die Leitung aus Goslar, die ist etwas zeitversetzt und verzögert. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle natürlich die Stammtische. Stammtisch am 12.6. in Berlin, vorher sind wir am 11.6. in München und natürlich in Hamburg am 13.6. Wer kommen möchte, kann den Link für WhatsApp nutzen und sich dann der Gruppe zuschalten, damit ihr zukünftige Stammtische in den jeweiligen Städten nicht verpasst. Die werden wir dort betreiben. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin, oder Herr Hoffmeister? Tja, weiß ich eigentlich auch nicht. Also, naja, selbst der Beste ist nicht perfekt. Das ist richtig. Deshalb darf sie auch mit mir arbeiten. Genau. Lufthansa News. Lufthansa hatte den Ecolight-Tarif noch weiter kastriert. Ich möchte das jetzt einfach mal ganz brutal so nennen. Ab dem 21. Juni werden im Economy-Like-Tarif, ja, die Gebühren für Sitzplätze erhoben. Das wird man sagen, wieso? Vorher war es umsonst. Ja, die Lufthansa braucht Geld. Austria ist nachgezogen. Swiss ist nachgezogen. Und diese Gebühr beginnt ab 25 Euro. Warum die Schweizer Franken so merkwürdig umgerechnet werden, das weiß ich auch nicht genau. Eigentlich, ja, das ist wieder eine Schweizer Eigenart. Und natürlich wurde jetzt immer wieder die Frage gestellt, und zwar zwei Fragen eigentlich. Was passiert, wenn ich mit meiner Familie reise, wenn ich als Gruppe reise, wenn ich als Paar reise? Oder was passiert, wenn ich ein Ticket vor dem 21. Juni gekauft habe? Weil ja in der Bestätigung steht drin Sitzplatz drin, ne? Ja, ganz, ganz wichtige Antwort ist, wer als Familie zusammenreist, Gruppe oder so weiter, ihr könnt zusammensitzen. Also man macht das nicht wie bei Ryanair, dass man euch gezielt auseinandersetzt. Aber man hat halt wirklich keinen Wunsch-Sitzplatz. Man wird dann irgendwie so zusammengewürfelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann am Fenster und am Mittelplatz sitzt, wenn man zu zweit reise ist, denke ich mal tendenziell relativ hoch. Oder Herr Hofmeister, was sagen Sie dazu? Denke ich auch, wenn es denn überhaupt klappt. Das Lustige ist ja, wenn man früher für die gesamte Familie gebucht hat, ist es nicht nur einmal vorgekommen, dass die ganze Familie, obwohl es da sozusagen noch kostenlos war, seine eigenen Plätze zu reservieren, die ganze Familie im Flugzeug verteilt war. Also ich bin sehr gespannt, wie das System das jetzt hinbekommt. Und witzigerweise waren oftmals auch die kleineren Kinder am weitesten dann entfernt von den Erwachsenen. Also keine Ahnung, das System ist sehr komplex, wie man weiß. Und insofern, ich bin gespannt, wie es läuft. Ja, wir sind aufgeregt und schauen, wie es wird. Des Weiteren natürlich, was mit gekauften Tickets passiert, die vor dem 21. Juni erworben sind. Und logischerweise ist das Bestandteil eures Kaufvertrages und das muss Lufthansa gewähren. Also da wäre ich ganz schmerzbefreit und würde das natürlich denen ganz klar sagen, das ist der Sitzplatz, da sitze ich. Wobei übrigens eine Sache ich auch festgestellt habe, wenn man Tickets vergleicht, die Preisdifferenz zwischen einem Economy Light und einem Economy Classic, wo der Sitzplatz ja drin ist, das ist manchmal gar nicht für 20 Euro. Das ist schon mal ab und zu mal auch weniger. Also immer Augen auf beim Ticket. Ja, das ist so. Manchmal, ich hatte es auch schon, dass die Sitzplatzreservierung in der Economy nur, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Euro billiger war als ein Kurzstecken-Upgrade in die Business Class. Das heißt also, wenn das Upgrade irgendwie nur ein paar Euro mehr kostet als die Sitzplatzzuweisung, die du für teuer Geld bezahlst, ja dann würde ich doch lieber ein Upgrade nehmen. Da ist der Sitzplatz dann ohnehin drin, den du dir selber reservieren kannst. Und du kriegst auch, wenn man Glück hat, sogar noch was zu essen. Ja, Essen ist auch ein Thema gewesen die Woche, aber das hatten wir ja schon bearbeitet, dass man Essen zusätzlich bestellen kann. Ja, deutsche Nationalmannschaft, Mario, hast du das Spiel gestern gesehen? War gestern ein Spiel? Wie gestern war das Spiel, ne? Gestern war das Spiel gegen die Italiener. Also das, was die Spiel genannt haben. Ein 1 zu 1 gegen Italien, das ist, denke ich, in Ordnung. Ja, aber das Spiel selber fand ich irgendwie speziell. Ja, also ich hatte da irgendwie gar nicht mitbekommen, wie viele Spieler im Moment so ausgetauscht werden können. Ich habe das Gefühl gehabt, gegen Ende des Spiels ist die Mannschaft einmal komplett rotiert. Aber, wie gesagt, da werden die Regeln ja, wie viele Leute ausgewechselt werden dürfen, ja auch ständig geändert. Die hatten deshalb ja auch eine Drehtüre an der Mittellinie, weil die Leute einfach nur... Ist so, ist so. Aber egal, man hat sich mal ausprobiert, es sind ja letztlich Vorbereitungsspiele für diese merkwürdige WM, zumindest im winterlichen Europa. Da, wo gespielt wird, ist es ja ziemlich warm. Ja, wobei in Doha ist natürlich, also ich sage mal so, wenn du so einen Sommer hast, wie wir in Helsinki haben, das ist in Doha ein schlechter Winter. Also das muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. Aber warum wir uns über Fußball-Oss tauschen, und ich bin eigentlich kein ausgewiesener Fußball-Fan, ist, seit 2018 ist die Nationalmannschaft nicht mehr mit der deutschen Lufthansa geflogen, hatte also diese Fan-Hansa verlassen. Und liegt das daran, dass die mit Lufthansa geflogen sind, Mario? Was ist denn da überhaupt los gewesen? Warum sind die so lange nicht mit Lufthansa geflogen? Ja, ich habe keine Ahnung. Es waren ja auch keine Turniere, seitdem irgendwie so pandemiemäßig. Also insofern gab es ja auch wenig Anlass, mit denen zu fliegen. Ja, aber die sind doch mit Eurowings geflogen, die sind mit der Austrian geflogen. Ja, ist ja auch alles Lufthansa-Gruppe. Ja, aber das ist schon was anderes. Also ich sage mal so, wenn man der Bundesregierung, der Vorgängerregierung hört, dann soll ja Lufthansa der nationale Champion sein. Das war ja das, was bei Air Berlin so protegiert worden ist. Und warum fliegt dann der Nationalmannschafts-Champion nicht mit der Lufthansa-Champion? Und haben dann halt von Nürnberg aus den A320-Neo gechartert. Hatte übrigens auch das Kennzeichen Delta Alpha, India November Echo. Und damit ist Hansi Flick nach Bologna und seinem Team geflogen. Ja, was soll man dazu sagen? Also der, war das, also ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja, mir fehlen die Worte. Naja, jetzt ist, die Mannschaft ist ja jetzt wieder auf Champions-Niveau. Da kann man auch mit dem deutschen Champion fliegen. Vorher war man ja quasi nur so, oh, Wings-Klasse. Insofern haben die dann auch ausgereicht. Haufen wir, dass das Spielergebnis nichts zu tun hat mit der Lufthansa. Nein. Aber sie werden weiter und öfter von Nürnberg aus fliegen, weil ja Adidas dort in Herzogenaurach das Zentrum stellt, wo sie spielen. Adades ist da halt tippitoppi. Eine 787 wäre eigentlich auch hübsch gewesen zu fliegen und die dann noch ein bisschen zu lackieren und da dann halt den Bundesgeier drauf zu machen oder irgendwas so als Gag. Aber die 787, die kommt, ist ja eigentlich ein Gebrauchtwagen, Flugzeugmaschine. Wie soll ich das jetzt sagen? Oder sehe ich das falsch? Sie war für jemand anders gedacht, stand auch schon ein bisschen rum und ist dann sozusagen zweimal weitergereicht worden, bevor sie endgültig bei der Lufthansa war. Und sie ist eigentlich nur bei der Lufthansa neu. Ansonsten ist sie drei Jahre alt, drei Jahre, denke ich. Ist aber nicht wirklich viel geflogen. Ja, also was mich wundert, ist einfach, dass der Flieger, der ist ja zwei Jahre lang irgendwie gefühlt auch nicht geflogen. Also insofern ist der Flieger da etwas älter. Die 787 war ja zuerst geplant für die Freunde von Heiner Anerlats in 2019. Und dann haben sie auch die Bestellung ihrer 47879er einfach storniert und haben gesagt, haben wir keinen Bock mehr drauf. Dann ist Vistara reingesprungen in den Pool und hat gesagt, hurra, wir nehmen. Und das war 2018. Die wollten ja auch irgendwie sechs Stück noch dazu haben und die anderen vier. Aber dann hat Vistara auch gesagt, nö, wollen wir doch nicht haben, weil damals war ja der große Kampf zwischen der 787 und der A30neo. Ja, also das Flugzeug ist dann, war dann quasi bei Rudis Restrampe, um das mal so zu sagen. Ja, ich nehme an, da sie dort war, hat die Lufthansa auch ein entsprechendes Schnäppchen geschlagen. Und Boeing ist froh, dass sie so los sind. Also du meinst zweimal Strafzahlungen abgezogen worden? Und weil das ist so üblich, wenn man ein Flugzeug kauft, dann muss man auch Gelder zahlen, wenn man die Bude nicht abnimmt. Es sei denn, es ist halt wirklich nur so ein Absichtsabkommen. Manchmal werden sie auch umgewandelt, dann gibt es keine Strafzahlungen. Und das ist hier halt der Fall. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, die Flugzeuge waren ja für Hainan Airlines gedacht. Und da ist es doch auch spannend, was ist da für eine Business Class drin? Weil das ist doch etwas, was man natürlich da jetzt im Hinterkopf haben muss. Weil die MSN 62730, weiß ich gar nicht, ob die innen ausgestattet ist. Und auch mit der Registrierung Delta Alpha Bravo Papa Alpha und dem Namen Berlin, das Flugzeug hier jetzt wirklich auf Lufthansa getrimmt ist und auch geflogen ist, hofft man wirklich, dass man den Flieger bekommt. Und dann geht man für einige Wochen nach Frankfurt in diese Maintenance. Und da heißt es Plant Cabin Refurbishment, also eine geplante Kabinen-Erneuerung. Die Frage ist natürlich aber, Refurbishment heißt ja für mich als alten Apple-User, ich kriege ein gebrauchtes Telefon. Ja. Ist das so, oder? In dem Falle, ja, aber in dem Falle wäre es ja nicht schlecht. Also auch die Business Class von Hainan ist besser als die aktuelle der Lufthansa. Also wenn man das ähnlich macht, wie man es bei den Flugzeugen der A350 von Philippine Airlines gemacht hat, einfach sozusagen so ein bisschen die Lufthansa-Farben dort reinbringt, statt den rötlichen Hainan-Farben. Ja, da kann die Business Class der Lufthansa eigentlich nur gewinnen. Der Witz an der Sache, am Ende wird die Lufthansa, glaube ich, die Fluggesellschaft sein, mit den meisten unterschiedlichen Business Class. Also es dürfte auch ein kleiner Rekord sein. Wahrscheinlich beziehen sich die fünf Sterne auf die fünf unterschiedlichen Business Class. Wir haben es nur noch nicht verstanden. Das kann sein. Wobei das jetzt natürlich etwas gemeiner ist, weil wenn man sich die anguckt, das ist ja eine Herringbone bei der Hainan. Ja. Die ist, ja, also der Sitz ist ja ehrlicherweise, wenn man sich das anguckt, mit einer 1-2-1er-Konfiguration schon etwas besser als das, was wir im Moment bei der Lufthansa haben. Und auch bei der Philippine Airlines, das ist ja dieser gestaggerte Vantage XL-Sitz, der ist natürlich auch nicht das, was kommen sollte. Und wenn man sich das anguckt, 2017 hat man ja das gesagt. Und ich habe euch zwischendurch auch nochmal Bilder von den verschiedenen Business Class eingespielt, wo ihr dann seht, wie die aussehen. Und ich habe auch, mir ist nicht nehmen lassen, nochmal das Bild von der A320 oder was es ist. Ist es ein A320 gewesen, Mario? Ja. A320-200. Starhansa. Genau, mit der Starhansa, mit Lufthansa Skytrek. Ich müsste selber auf das Bild gerade gucken. Schwierig. Und ich mache mir ja auch immer so einen Scherz, wenn Leute sagen, ja, Lufthansa, fünf Sterne. Wenn man ehrlich ist, ist die Lufthansa nie eine Fünf-Sterne-Airline gewesen, weil die fünf Jahre mittlerweile alte Business Class ja nie in der Bude drin war. Das heißt, für 2017 angekündigt, für 2023 kommt sie rein, aber die anderen Fluggesellschaften, wir hatten das ja schon an anderer Stelle, die Bude ist abgerockt. Also da überlegen die Ersten schon, ob sie nicht anfangen, Refurbishment zu machen, weil sie dann die Sachen, die abgewetzt sind, weil so ein bisschen hier ein bisschen pinselt. Also das Produkt ist nie geflogen. Lufthansa war somit offiziell nie eine Fünf-Sterne-Airline. Ja, und das Thema hatten wir ja schon wieder oder schon des Öfteren. Es hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Nachdem es, das hat Lufthansa ja quasi erst damit einführen wollen, in allen Fluggesellschaften einen Gangzugang gab, geht es jetzt dahin, dass es nicht nur von jedem Sitzplatz einen Gangzugang gibt, sondern dass die Sitze, die Business Class-Sitze zu kleinen, quasi zu kleinen Suiten werden, die man zumachen kann. Und da bin ich sehr gespannt. Die Lufthansa oder Carsten Sport hat ja gesagt, nein, die neue Business Class, neue von 2017, wird natürlich ständig weiterentwickelt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das endgültige Produkt aussieht. Ansonsten hat man quasi zwar ein neues, modernes Produkt, was, ohne Frage, besser ist als die jetzige, aber ist dann auch nicht mehr state of the art. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet. Was macht ihr aus der Lieferung von Lufthansa? Wir haben zwei Themen ja so ein bisschen vermischt. Einmal das Thema, ist das ein gebrauchtes Flugzeug oder ist das eigentlich ein neues Flugzeug? War es ja, ich sage mal so, so ein Händlerwagen, der ja zwei Jahre beim Händler rumsteht, ist ja eigentlich auch kein Neuwagen. Da gab es ja irgendwie so ein Urteil von einer Dame, die mit Schocken, mit Erschrecken festgestellt hat, dass die Karre quasi drei Jahre alt war. Und das nächste Thema ist natürlich, was erwartet ihr vom Sitz? Nicht ganz so schlimm, wie Mario sagt, dass das fünf verschiedene sind. Das sind drei verschiedene oder vier verschiedene, zumindest im Übergang. Die alte, dann die Philippine Airlines, der Vantage-Sitz, dann Hainan, die Fischgräte und dann der Lufthansa-Sitz. Ich habe euch alle Bilder da nochmal reingesetzt. Da könnt ihr sagen, was ihr davon haltet. Und natürlich, wie immer, die Diskussion, die ich leiden auf hohem Niveau finde, ist eine Tür in der Business Class Pflichtveranstaltung für eine Fluggesellschaft oder nicht? Oder sagt ihr, mir doch egal, wenn mir jemand aufs Essen guckt. Also das wären so jetzt meine Fragen. Hast du noch eine Frage an unsere Zuschauer? Nein, die einzige Frage ist, wie findet ihr denn die Business Class von Hainan? Ganz genau. Nächstes Thema, Kompensation. Nachdem die Lufthansa ja sehr viel auf Nachhaltigkeit setzt, man ja Lufthansa-Private-Jet still und heimlich beerdigt hat, weil das nicht mehr zum Konzern passt, hat man bei der Nachhaltigkeit festgestellt, wir geben Punkte. Dann hat man festgestellt, die Leute haben dann irgendwie nachkompensiert. Mario ist ja auch schuldig, dass er dann auf einmal nachkompensiert hat. Ja, ich kompensiere. CO2 logischerweise. Jetzt gibt es diese Kompensationsmöglichkeiten bei der Austrian und bei der Swiss. Bei der Austrian wundert es mich nicht. Natürlich, warum? Ganz einfach, weil da Annette Mann, die Dame, die dafür zuständig war bei Lufthansa, für Nachhaltigkeit, jetzt CEO von Austrian Airlines ist. Und sie hatte auch gerade wieder auf LinkedIn gesagt, dass ihr das Thema am Herzen liegt, was natürlich richtig und wichtig ist. Deshalb war es für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis das bei Austrian reingekommen ist. Aber man kann das jetzt bei der Buchung dominant feststellen, dass man CO2-neutral fliegen kann. Ich habe jetzt auch irgendwie einen Kommentar gelesen mit diesen Sustainable Aviation Fuels mit den SAF, dass da auch nicht so ganz alles tippitoppi ist, weil man natürlich auch festgestellt hat, das war übrigens auch in der Geschichte, ich weiß mal, Markus Lanz, da ist ja dieser Biofuel-Anteil in den USA ist ja dieses, bei uns ist es ja glaube ich in Deutschland E5, E10, in den USA ist es jetzt mittlerweile E15, also 15% muss zugemischt werden, aber es wird aus Getreide gewonnen oder aus Weizen. Und wir haben ja eine Knappheit an diesen ganzen Geschichten. Bierpreise sollen ja auch erhöht werden deshalb. Deshalb ist in meinen Augen das so ein bisschen Greenwashing und Greenbashing angebracht von beiden Seiten. Greenwashing von der Aviation, Greenbashing von Greenpeace, glaube ich, die da auch vorne sind. Da sollten wir übrigens eine neue Folge draus machen, Mario, inwieweit das Greenwashing bei den Fluggesellschaften am Start ist. Macht das überhaupt Sinn, mit SAF zu operieren, weil, wenn man brutal das sagt, wir verfliegen das, was andere heute essen wollen und daran leider dann darben müssen, dass es da nicht genug gibt. Das ist ja übrigens bei allen diesen Kraftstoffen so, die irgendwo auf Feldern wachsen. Also entweder hast du direkt ein Produkt wie den Weizen, den du dann dafür nicht nutzen kannst, oder die Felder als solches. Das kannst du halt nicht für den Lebensmittelbau nehmen, sondern da werden dann irgendwelche Pflanzen in die Erde, die dann für irgendwelche Kraftstoffe oder Kraftwerke sind. Und also das ist halt ein Problem. Die Anbaufläche auf diesem Planeten ist halt doch streng begrenzt. Und insofern ist die Frage, ob das wirklich die Zukunft sein kann, wird man sehen. Oder halt doch andere Technologien wie Wasserstoff oder dergleichen. Schauen wir uns das an, wie es wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend und Umfeldschutz ist ein wichtiges Thema in meinen Augen. Auch eine Randinformation, auch wieder mit mehr Meilen, ist, es sollen zusätzliche Prämien und Statusmeilern geben, damit man diese Kompensation attraktiver macht. Ich glaube, dass Statusmeilen viele Leute dazu bewegen würden, das doch zu machen, wenn die Ratio stimmt, wie das so schön heißt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dealsohn, letzter Punkt heute, dann habt ihr es auch geschafft. Lufthansa Partner Sale First und Business Class. Da ist quasi noch so eine Reste-Veranstaltung. Es gab ja schon aus Brüsselens First Class und Business Class Sale. Die Verfügbarkeiten waren damals schon relativ ausgesondert, wie heißt es, aussortiert ist das, ausgesondert. Und es sind auch merkwürdige Ziele drei, wie Kinshasa, Duala, Juande. Warum merkwürdig? Ganz einfach deshalb, weil die Preise gar nicht so günstig sind, wie man sich das vorstellt. Wenn man jetzt zum Beispiel Juande, Kigali oder sowas nimmt, das sind alles 3.000 Euro. Natürlich für zwei in der Business Class gibt es auch als Premium Economy für 1.400. Dakar, 3.000 Euro fast. Cape Town, 5.369 in der Business Class. Und 3.469 in der, Entschuldigung, das war First Class. 5.369 in der First Class, in der Business Class 3.469 und 1.479 in der Premium Economy. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, das, was früher Business Class war, war schon zu teuer für First Class beim Partner Sale. Wir erinnern uns, ich will da gar nicht auf solche Ziele eingehen wie Bundesallis. Bundesallis 8.209 Euro in der First Class. Aber 4.000 Euro ist ein Schnapper für die, eigentlich schon, muss man ehrlich sagen. Aber wir sind halt verwöhnt von den Preisen. Reisezeitraum ist bei der ganzen Geschichte nicht angegeben. Reisezeitraum gibt es nur für Nordamerika vom 1. Juli bis zum 31. August. Da wäre Chicago mit 6.800 angesagt, Los Angeles mit 7.000, Miami mit 6.800 und New York mit 6.500. San Francisco logischerweise auch 7 konsequent. Alles Preise für zwei Leute, Hin- und Rückflug, damit nicht wieder die Frage kommt. Und 4.000 sind die anderen Ziele in der Business Class, so roundabout, immer drunter oder drüber. Atlanta 4, Austin 4.200, Charlotte 3.9, Denver 4.2, Dallas Fort Worth 4.2. Könnt ihr mal auf der Seite schauen, ob ihr da noch was findet. Aber es ist halt wirklich ein Resteverkauf, weil es da sehr, sehr schwer ist, Verfügbarkeiten zu finden. Buchungsklassen will ich auch nochmal kurz nennen, logischerweise. Bei der Business Class ist es ein Peel-Tarif, gibt 100% der Meilen. Und bei der First Class ist es ein A-Tarif, da gibt es aber 300% der Meilen. Und beim Prämienmeilen, wisst ihr ja wie immer, je nach Status, gibt es da beim Preis die Meilen durch zwei geteilt und dann als Bonus. Also quasi, habe ich das jetzt richtig gesagt, Mario? Nee, ne? Durch zwei geteilt ist schon korrekt. Also durch zwei geteilt und dann der Euro mit dem Faktor und dann für Status, so ist es richtig. Klarer, da habe ich mich zu sehr im Detail verloren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben an dieser Stelle der Aufruf, damit ihr keine Folge von eurer täglichen Dosis mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status verpasst. Abonnierbefehl, damit ihr auch die 2000-Grenze überstreitet. Mario hat ja eigentlich 2500 ausgerufen. Aber 2000 schaffen wir auf jeden Fall mit eurer Hilfe. Macht die Glocke an, macht alles Mögliche, kommentiert, macht Like, macht Stammtisch, macht, macht. Aber Hauptsache, ihr macht, oder? Ja, machen. Machen. Machen ist immer viel krasser. Das ist wie Tuten, ne? Hauptsache, ihr tut es. Ja, dann verabschieden wir uns für den heiligen Sonntag und danke, dass ihr dabei wart und denkt dran, wir haben den Kanal auch auf Englisch. Im Englischen haben wir meistens dieselben Themen, manchmal haben wir auch andere Themen, aber ganz, ganz wichtig im Englischen, das will ich als Einwurf geben. Manchmal sind da Informationen, die im Englischen gekommen sind, die im Deutschen nicht waren. Also es kann schon Unterschiede geben, weil es halt freigesprochen ist und Mario und ich ja nicht lesen können, weil deshalb haben wir auch kein Skript. War doch so. That's right. Ja, so. That's right. Das ist rechts. Okay. Schönen Pfingstsonntag. Tschüss. Tschüss. Ja, schmeißt uns raus. Tschüss. Tschüss.